Zuletzt lief bei der ersten Mannschaft von TUS Ehrenfeld nicht viel zusammen. Nach einem Bilderbuchstart in die neue Kreisliga-B-Saison und 19 Punkten aus 7 Spielen verloren die Ehrenfelder ihre letzten beiden Spiele gegen Grün-Weiß-Nippes und den FSV Köln. Trainer Edir Kösmez ist trotzdem nach wie vor von der Qualität seiner Mannschaft überzeugt. Wir haben jetzt zweimal hintereinander verloren, unglücklich, wir haben uns selber geschlagen. Eigentlich kann uns keiner schlagen, unser schwerste Gegner sind wir selber. Wir sind hier sehr, sehr, sehr gut besetzt, aber das Problem ist ja wie gesagt, wir sind neue Mannschaft und so. Wir haben Probleme und wir müssen erst mal die Probleme beheben. Und um das zu machen, müssen wir arbeiten, 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 aber da leider Schichtarbeiter da sind und so und ein paar Verletze und wir können nicht das machen, was wir natürlich machen wollen. Zum Beispiel Standardübung und so Torschuss, da fehlen uns mal die Leute. Nächsten Sonntag will die Mannschaft nun unbedingt im nächsten Meisterschaftsspiel die Negativserie beenden. Aber da wartet ausgerechnet der Tabellenführer SC Hohlweide. Ein harter Brocken also für die Ehrenfelder. Eine spielstarke Mannschaft, die sind sehr gut dabei, haben sehr gute Einzelspieler und funktioniert auch als Team. Aber wir werden Sonntag nach Hohlweide fahren mit dem Ziel, um zu gewinnen, uns den Tabellenplatz wieder zurückzuholen. Das wird zwar nicht einfach sein, wir werden das am Sonntag sehen, was da rauskommt und versuchen das Beste rauszuholen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.